jo meine leute herzlich willkommen die dtm ist zurück aus der sommerpause und die tippen wir jetzt saison 20 22 am nürburgring predictions los geht's kohlebein 152 heute um 10 uhr live auf run.de von der pols startet mirko bortolotti herzlichen glückwunsch dahinter auf 2 maro engel vor david schumacher dann wird vierter von der vier startet von der vier und fünf starten die beiden van der linde calvin und sheldon van der linde hinter sheldon van der linde auf 6 marco wittmann und siebter und achter wie dennis olden und lukas aua so das war's mit dem prediction kohlebein 1 von 2 prediction am nürburgring der dtm saison 20 22 so wenn euch das wieder gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergesst kein abo daneben ist die glocke die nicht vergessen was du willst dann verpasst dir keine benachrichtigung und bis deiner gut kick away ciao die